Hallo und herzlich willkommen bei Frequenz Kabel. Ich bin Jordan. Ich bin Steffi. Hallo. Ja, und leider hat sich der Gewinner zum letzten Video nicht gemeldet. Deswegen wird jetzt unser Gutschein, den wir für euch besorgt hatten, für das 100-Abonnenten-Special, nochmal neu verlost unter denjenigen, die ja bei dem Gewinner-Zieh-Video kommentiert haben. Ich entschuldige mich vorweg. Ich hatte leider eine Weißhebszahn-OP, deshalb sehe ich gerade aus wie ein Hamster und versuche aber jetzt mit meiner vollen Power, euch den neuen Gewinner hier zu ziehen. Und wir haben tatsächlich... Bevor wir dazu aber kommen, für alle die, die jetzt nicht mitgemacht hatten beim letzten Mal, wir haben bei unserem Unboxing, was wir gestern hochgeladen haben, auch nochmal ein kleines Giveaway für euch. Schaut da also mal gerne rein. Schaut mal nach. Gut, dass du das sagst. Ja. So, fangen wir an mit den Kandidaten. Diesmal sind es nicht ganz so viele, das ist das letzte Mal. Einmal fangen wir an mit Sarah Breidi. Sieht man das? Jetzt. Jetzt. Ja. Stimmt. So, dann unser Erdbeer-Wolf ist wieder mit am Start. Yes. Tubeboxing. So, jetzt steht er gerade. Jawohl. Perfekt. Ähm, Mark 89 ist mit dabei im Topf. Eisdahn ist auch wieder dabei. Mhm. Und der letzte Arm ist Schulter. 69. Ja. So, das war's auch schon. Ich drücke natürlich allen die Daumen. Wir machen es so wie beim letzten Mal. Schnick, schnack, schnuck. Wir, jeder zieht ein. Schnick, schnack, schnuck. Und dann, ja, gucken wir, wer gewinnt. So, ich hab ein. Du hast schon einen. Du musst es hochhalten, sonst denken die Leute. Es ist beschummelt. So, ähm, okay. Ich glaube, ich habe jetzt auch jemanden. Okay. Also, wie schere ich dein Papier, ne? Schnick, schnack, schnuck. Verdammt! Ich habe schon wieder gewonnen. Gibt's ja nicht. So, jetzt. Wer ist es? Oh, es ist Erdbeer-Wolf. Oh, cool. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch von uns. Und auf jeden Fall bekommst du unseren Lukas-Gutschein als Dankeschön. Und auch für den Support natürlich auch nochmal an alle anderen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer so kräftig da unterstützt und kommentiert. Ja, genau. Also, Erdbeer-Wolf, einfach Kommentare unter dem Video. Dann tun wir mit dir nochmal Kontakt aufnehmen. Und, ja, mehr muss man nicht machen. Genau, das war es dann auch schon. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.